Ja, ich möchte jetzt hier mal kurz die Switch Easy Canvas Schutzhütte für das iPad zeigen. So schaut das Ganze aus. Das iPad wird jetzt einfach hier eingeklemmt. Mal ein bisschen festdrücken. Dann sitzt das Ganze auch schon recht sicher und fest da drin. Die Anschlüsse und die Kamera sind weiterhin zugänglich und damit auch benutzbar. Was ganz nett ist, das ist gleichzeitig ein Ständer. Ich kann jetzt das iPad hier so hinstellen. Steht dann auch recht stabil. Und es trägt jetzt nicht zu dick auf. Ist recht griffig. Macht einen recht wertigen Eindruck. Was noch schön ist, wenn ich das Ding aufklappe, schaltet sich das iPad automatisch ein. Ähnlich wie beim Smart Cover. Und wenn ich es aufklappe, schaltet sich das iPad automatisch wieder ab. Ja, kostet 50 Euro. Nicht gerade billig. Aber das war das iPad ja auch nicht. Also, empfehlenswert. Und dann muss ich das iPad mit dem, äh, äh. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020